Nicht, Willi, es sind fast alle Tulpen verblüht. Wenn du den leckeren Pollen jetzt schon auffutterst, dann bekomme ich gar nichts mehr davon ab. Die Sachen sind doch für unser Picknick. Ach, wir könnten doch schon mal Probe-Picknicken. Wir sind noch gar nicht fertig, Willi. Flip, Beatrix und die anderen kommen ja auch. So eine Schufterei. Ich hätte nie gedacht, dass ein Picknick so anstrengend ist. Willi? Sieh mal, Maja, ist das eine tolle Rutsche? Achtung, jetzt kommt Willi, der Wiesenrutscher. Willi, ich hoffe, dir ist nichts passiert. Ich habe mein Pollentöpfchen auf dem Köpfchen. Und jetzt kein Krümelchen mehr drin. So ein Jammer. Da bist du ja, Maja. Du bist wirklich die lustigste Biene der ganzen Wiese, Willi. Ja? Ja, und deine Rutsche ist toll. Die müssen wir nachher unbedingt den anderen zeigen. Nach dem Picknick. Aber erst sammeln wir noch mehr Pollen, ja? Habe ich doch noch ein Tülpchen gefunden. Tja, was habe ich für ein tolles Näschen. Aber wie es aussieht, war es wirklich die letzte Tulpe. Schade eigentlich. Ja, die kann man anbieten. Für die Gäste nur das Beste. Wo ist der Pollen hin? Sag mal, wo ist denn der ganze leckere Pollen hin, Willi? Das frage ich mich auch mal. Ja, so ein Jammer, wo er doch so köstlich ist. Hast du ihn etwa vernascht, Willi? Nein, das hätte ich gern. Aber das habe ich nicht, ganz ehrlich. Großes Bienen-Ehren-Wort. Du wolltest ihn doch vorhin schon essen. Gib's zu. Mir kannst du es doch sagen, Willi. Nein, wirklich nicht. Ich habe nur einmal abgebissen. Sonst habe ich nichts angerührt. Noch nicht mal die Picknick-Decke, Maja. Dabei habe ich so einen Riesen-Hunger. Und jetzt hast du alles weggefuttert. Maja, Willi, was macht ihr denn für einen Krach? Maja sagt, ich habe den Tulpenpollen aufgefuttert. Aber das stimmt nicht. Äh, das ist nicht so schlimm. Es sind noch jede Menge Hasenköttel da.